Moostory Moostory, wir haben heute ein Fotoshooting mit uns mit Danc420TV hier in Essen neben dem Limbecker Platz. Ich muss doch nicht sagen, was du machst. Hey! Hast du? Okay, das ist cool. Hey! Yo, wassup, Leute? Das Film Story Crew. Wir sind hier bei Fotoshooting von Werner.de. Gerade auf dem Weg zu einer anderen Location. Und ja, schaut euch einfach mal an. Kommt mit! Willst du mir mal zuschauen? Ja, va. Wo wird dein Problem? Wassup! Ist es so? Ist es so? Ist es so? Ich madre auf der E. 1960. Ich bin der Weg, aber ich bin fallen. Ich bin de Portion. Das ist das so gut. Wir machen sie eine gute Frau wollen runter. Wo ist das Gold? Weitmal hat eigentlich Essen eigentlich keine Zeit. Hat das? Ja. Hallo. Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Lass mich jetzt nur um mich verblenken. Der hat auch fett in die Kamera geguckt. Mach mal Action! Mach kein Scheiß! Hast du ein Problem oder was? Thomas, mach mal Action jetzt. Nein, ich kann kein Action machen hier. Servus vonater-N malware! Mach mal Chart! Mach mal figure. ctureier! H recreationize mir Klar! Gerica! Gas Gracias! Ein kleines Debut vom Fotografen? So ein Fotografen, ein kleines Deutmann. Tolle Arbeit, tolle Crew, heiße Mädels, noch heißere Typen. Hat sehr viel Spaß gemacht, cooles Foto und ich hoffe, ihr seid euch gespannt. Bis zum nächsten Mal.